Wir sind Ghosts. Ich wurde von irgendjemandem erschossen und der Schuss kam aus dem Nichts. Ach da, von dahinten. Der Sniper war das, der Bastard. Nachdem seine Mutter werde ich mir aber holen. Nur seine Mutter. Genau. Er kann ja nichts dafür. Dass er so ein Arschloch ist, meinst du? Ja. Tschüss. Safe here. Oh, ich hab Autos. Wir haben hier Autos. Ah, ich hab wieder Autos. Nein, meins. Scheiße. Diesmal darf ich da mit einem Scheißwagen fahren. Du musst markieren. Habe ich. Wo denn? Der vorne. Geradeaus. Ah, da. Drei, zwei, eins. Ich hab dich markiert. Ach komm. Ich muss ja kein Rennen fahren. Tschö. Ey, danke. Blöd, hab ich gern gemacht. Danke, dass du mich wärst. Was bist du? Wie scherz du? Oh, das Ding ist voll abruh. Was denn? Ich hab mich einfach verschlagen. Oh, was soll das denn? Ich glaub, ich konnte dich befreien. Ja, danke. Ich hab dein Auto gedacht, ein bisschen besser als meins. Ja, hat ein bisschen mehr PS. Na, PS hat es nicht. Du hast doch ein besseres Geländeauto. Ich komm da kaum hoch. Ich glaub schon, dass es nicht mehr PS hat. Hier müssen wir ein Helikon, oder? Weiß ich, ich komm da nicht hoch. Fahr den einfach mal plattig sehe. Hier. Weiß man, der hochkommt? Ja, ich töte die doch alle. Warte, ich komm da nicht hoch. Draußen rum. Yes, ich hab mich hart. Geht einfach sterben, der Gegner. Umso peu a peu näher. Hier kommt Dennis. Hier kommt Dennis. Ich bin auch unterwegs. Und der Nord kommt Dennis. Oh, die haben den Helikon, ist das stört? Oh, das ist ein Raketenwerferhelie. Das fühl ich aber nicht nett. Alter, ich greibe schon! Ich auch, aber... ich mache der konzentriert sich gerade auf mich glaube ich oder auf dich der schießt ich weiß nicht wie gerade ausgestiegen hier kommt der ist tot blöden pisser das war es mir wert hoffen mein auto gleich schrott ist denke ich das auch geil scheiße muss aussteigen ich muss raus springen pass auf nicht nicht was das ding noch nicht jetzt habe ich es was ist dein auto das ist eh kaputt ich habe den helikopter damit getötet du bist dafür da hast du den helis angeflogen so hier haben wir noch ein fragezeichen da fliegen wir da mal drüber kurz müssen ein bisschen weiter in den süden kein ding aber wir haben 5 von 14 kickstarter wir haben eine von drei waffen kisten das ist schon ein bisschen viel mehr also ein bisschen mehr drei von 7 fertigkeitspunkten und zwei von zwei bundes und haben wir schon da ist nichts weiter fliegen weiter tiefer scheiße diese fliegt so zu tief rakete wie fliegst du rakete ist am anflug wir schicken jetzt gerade rakete im anflug wie bist du denn geflogen ich wollte ja ausweichen ich komme doch voll zurück in die kamera was wir machen nach stehen sie dann mal ist ein waffen kist glaube ich und ein helikopter führst du machen mal deine drohne du siehst ja gar nicht wo der boden ist schießt ich schon mal von oben ab ja ich meine die anderen die hinteren damit du ein bisschen sicherer da rangehen kannst das hat man kannst verstecken problem ist die verstecken sich alle beim hüben beim helikopter beim flugzeug stirbt und wir sind ja dann kann ich schon man sieht halt auch nichts und so der man rankommt muss ich aufpassen wenn ich mich ja mit dem sniper ist so nice alter hast du ihn jetzt so leicht betroffen hast ist angehalten ja ist gut vorsicht das ist gut sagt ja alle weg du fliegst mit dem flugzeug besser als ich aber erst mal die tage einsammeln ich hab da direkt zwei sachen links der erteile aufwärts eingang jetzt auch kein wort hier in der dings zu sein auf der station hier eingezahlt zu sein wir setzen eine markierung damit die rebellen ich will das schon kann ich gebrauchen wo muss schild fliegen 6.5 kilometer oh god viel spaß wenn ich vorher erschossen werde ist alles gut na das ist wohl wahr so tief fliegen wie möglich eigentlich ne das war nicht so nice hinterher dann ja ach ne das bist ja du ich wirklich tief ich bin bei 50 ich gehe mal auf 30 meter runter ich weiß nicht wie hoch ich bin 26 bin ich ja du bist wahrscheinlich sogar unter mir ja glaube ich auch ich steige ganz leicht jetzt gerade muss ich ja auch ja dann fliegest du gegen den Berg das wäre nicht so gut ne einfach mal unterwegs ein paar Gegner töten was sollen sie schon machen wenn sie in einer flugbahn sind schade eigentlich dass es hier keine höhenangabe gibt ne ans flugzeug hätte man eigentlich auch warte ich hole uns noch den truck hier pass auf nach einer gewissen Distanz kriegst du die Punkte nicht mehr ne ich bin dann die rechte Bedrohung ich krieg doch nur oh ich hab sie alle getötet soll ich die ignorieren und zu dir kommen ne ich bin keiner fliegen ist mir egal weil der steht ja jetzt sowieso ich frage ob der danach weg ist ne ja dann parkieren einfach äh schuldern wir uns einfach ne es gibt so viele Gegner vereinzelt ciao landeanflug nach Bolivien nicht weit gesehnt gleich Bolivia landung erfolgreich gut gemacht wächst die Punkte warte ja ich stunde mich ein bisschen verbessern wenn ich es könnte objekte verbessern und zwar die Flittergranate ich habe nur noch 81 Heilung richtig wenig ich kann eigentlich nur den Trupp verbessern brauche ich aber nicht ich kann nur ich muss auch Körper muss noch ein bisschen machen Waffen und Objekte muss noch ein bisschen fehl machen ich habe halt sehr viele Punkte ins Dingens in die Waffenstärke gepackt habe ich auch die ist bei mir komplett voll genau wie die Drohne bei mir komplett voll ne ich meine äh damals als wir noch Tier 1 gespielt haben naja ich habe schon ein bisschen gemacht nicht komplett wo bin ich denn hier jetzt ich bin jetzt in ähm Media Luna ja fliegen wir jetzt hin markier mal warte ich guck 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 was ich noch was gehen will ich habe was dir markiert ich fliege mal los wo ist der markiert da und die gehen wieder ab warte hier im Salz-Datei ist noch ein Kingsley-Datei ich fliege jetzt gerade ich kann mich mal markieren ja du musst jetzt in den Augenmaß fliegen das siehst du doch wenn du im Flugflieger bist ist ja beide naja Paket im Anflug ich bin kaputt nein warte aber ich lebe noch ich bin kaputt aber ich lebe noch ja die heutige Jugend ist auch alle so auch alle so jung wow ich weiß nicht was ich mal machen wollte was wir auch mal machen müssen ist mit einem Hedi auf einem Zug fliegen und einfach mal eine Rundtürmaltung damit kann man ins Wasser springen kannst du mich abholen ja ich brauche einen Weg wir springen ins Wasser nein schlecht Idee tot tot ich bin da ganz normal runter da macht er diesen Kubikus zum Fallschubspringen ist geradeaus in die Mauer reingeflogen das war natürlich nicht so geil war jetzt nicht so geplant aber ich bin jetzt siehst du meine Schüsse ja du wirst mich ja aber damit kannst du dich nicht töten da kannst du ja schießen es geht nur mehr Explosion ist doch heute denk 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 was ist denn ich hab voll den Bug jetzt gerade oh oh ciao ich hab jetzt voll den scheiß ich hab dir vorher raussteigen gesagt was für ein Bug hat das du gehst immer wenn man reinkommt wieder und dann diese Mission mit dem Sam Fischer startet ne und wir so denk 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 voll geil das ist voll die Web also denk 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 gut abbrechen abbrechen anruf ab 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 denk 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 so doof ich dachte was geht mir jetzt ab einfach alles so doof denk dran denk dran denk dran denk dran denk dran denk dran der hat gerade bei mir zehnmal denk dran gesehen das gleiche ich auch das denkt 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 dran denkt dran ja woran soll ich denn denken normal ich bin in Position hier meine Coordination was wir können denken warum gehst du runter weil ich der Rakete so auswählen konnte also der Erfassung ding 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 äh scheiße Rakete mal flogen alter was denn bist du tief geflogen passt doch mann halt das maul das geht das geht das hat immer noch wer sich denkt nein bin Position der rennt immer weiter hier nomad das ist die gleiche wie ich letzte mal warte dauert das gleiche hier jetzt nicht mehr doch jetzt wieder nomad jetzt hast du die gleiche wie ich letzte mal der geht mal auf den Sack deine Koordinaten schiebe ich ja gleich wohin ich mach gleich Suizid wenn du das nochmal sagst nein nomad you're a match ward you're a nomad ich bin in Position alter das gleiche wie das letzte mal jetzt machst du wie ich wie ich genervt war jedes mal wenn ich gestorben kam das neu alter ich bin mich jetzt um you're a match ward you're a nomad was geht bring ab ich mach Selbstmord was kommt wieder vielleicht doch nicht nehmt das hier Schweine ach ne das bringt ja so nix alter denk denk bring in Position 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 let's moan let's moan let's moan dä nö 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 wieso kamikaze hier nomad nomad was war was war hier meine crowd you're not nein ach dass das aufhört ich halte es nicht aus ich treff nix ich treff nix mit ich treff nix mit ne Position warum hält er nicht das Maul warum hören wir die nicht aufzureden wow wow nomad hier wo